Hallo Welt da draußen und Freunde von Assassin's Creed Valhalla, ich bin der Neo und ich möchte euch zeigen, wo man die Handschuhe der Verborgenen findet. Das erste Teil vom Schleicher Set, das ich habe. Wir befunden uns hier außerhalb von Allegra Kester beim Bruderschaftshaus Ratae. Kann man eigentlich gar nicht übersehen, hier riesengroß, das Assassinen-Symbol und wir müssen da rüber, wenn ihr euch umguckt, da seht ihr schon dieses Netz da raumeln, genau da müssen wir jetzt hin und das schießt man direkt runter. Wir öffnen so den Eingang in die Bruderschaftshaus. So, hier laufen wir mal durch, dann mal hier durch, hier ist nochmal eine Öffnung, wie wir sehen. Hier, wunderschön, Ruhe, die auf uns wartet. Handschuhe der Verborgenen. Was macht das Set, was machen die Handschuhe? Das Set macht Attentatsschaden, wenn du 10 Sekunden lang geduckt bist und unentdeckt bleibst. Zusätzlich Verbesserung für Kopfschussschaden. Schauen wir mal kurz an. Ich schätze mal, es sieht dann auch wirklich aus wie so ein kleines Assassinen-Set. Wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Guckt auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Neo zockt 8.5 Uhr immer Montag, Mittwoch und Freitag. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Und Kommisschen. обязen. Dieses.